Musik Ich liebe, dass wir so viel aus dem Produkt machen können. Es sind wirklich kleine Kunstwerke, die wir kreieren können. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Mich hat motiviert, dass ich eigene Kreationen entwickeln durfte. Das war wirklich eine grosse Chance, neue Sachen herauszufinden. Ein paar Sachen haben funktioniert und ein paar haben halt nicht funktioniert. Aber am Schluss ist alles super geworden. Die schönsten Augenblicke waren für mich, wo mein Schaustück zuerst heil angekommen ist, hier in Luzern. Ich durfte es dann fertigstellen. Und wo es gestanden ist, war es wirklich. Ich habe es zuerst mal hier gesehen und es war wirklich schön. Ich nehme mit von diesem Wettkampf, dass ich neue Techniken lernen durfte. Jetzt auch von der anderen Kandidatin habe ich wirklich schöne Sachen gesehen, die man auch weiter abändern kann oder mal brauchen. Weil ja, es ist wirklich schön. Ich würde definitiv weiterempfehlen, an den Schweizer Meisterschaften mitzumachen. Es ist eine grosse Erfahrung, auch für mich selber. Ich durfte so viel dazulernen und jetzt wieder mal einen Wettkampf zu machen. Das war mein erstes Wettkampf und das ist eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles 곡 zur Zeit bin. Bis zum nächsten Mal.